Herzlich willkommen zu unserem Update. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und wir sprechen wie jeden Werktag mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo, guten Morgen. Herr Drosten, bevor wir uns Ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen zuwenden, sollten wir uns heute mit Stimmen beschäftigen, die gar nicht mehr so selten sind und die die Meinung vertreten, immer noch alles übertrieben. Der prominenteste Vorreiter dieser Fraktion ist Wolfgang Wodarg, Politiker und Pneumologe, also Lungenfacharzt. Der hat ein YouTube-Video veröffentlicht und einen Brandbrief, die gerade ziemlich umgehen und auch in den sozialen Medien verteilt werden. Sinngemäß, sagt Wodarg. Da freuen sich doch die Virologen bloß, weil sie mal was Neues entdeckt haben. Coronaviren im Allgemeinen gab es doch schon immer. Dies ist einfach ein spezielles Mehr. Und die Todesfälle wären eigentlich in der Statistik verborgen geblieben, wenn man nicht gezielt danach suchen würde. Bei 7 bis 15 Prozent der Erkrankten mit Grippesymptomen würden schließlich auch bisher schon immer Coronaviren gefunden. Eine der meistgestellten Hörerfragen mittlerweile ist die, was sagt Professor Drosten dazu? Also das stimmt. Also es gibt natürlich Coronaviren, vier Stück in der menschlichen Bevölkerung. Die sind endemisch, also saisonal. Die kommen vor allem dann vor, wenn es auch Grippezeit ist. Und diese Häufigkeit, die stimmt auch ungefähr. Da kann man die nachweisen. Aber die haben mit dem neuen Coronavirus nichts zu tun. Was ist denn anders? Naja, dieses neue Coronavirus kommt jetzt als Pandemie zu uns. Und das heißt, es wird eine Infektionswelle geben, wenn wir nichts tun. Und diese Infektionswelle ist eben das gleichzeitige Auftreten ganz vieler Coronavirus-Infektionen. Und selbst wenn diese Coronavirus-Infektionen mit dem neuen Coronavirus genauso harmlos verliefen, wie die mit den vier altbekannten Coronaviren des Menschen, wäre das bedenklich. Denn es sind einfach zu viele Fälle auf einmal. Und dazu kommt dann noch zusätzlich, dass der Verlauf mit diesem neuen Coronavirus nicht so harmlos ist, wie mit diesen alten, altbekannten, alteingesessenen Coronaviren. Wir haben vor ein paar Folgen schon mal darüber gesprochen, wie das bei der saisonalen Grippe oder eben bei einer pandemischen Grippewelle dann ist mit der U-Kurve und der W-Kurve. Also Kinder und Alte normalerweise am meisten betroffen bei der Influenza. Und wenn es sich dann ausweitet, dann auch die mittleren Alters. Das ist gezielt auf die Todesfälle mal bezogen. Wenn Kritiker eben sagen, Todesfälle bleiben eigentlich in der Statistik verborgen, das haben sie auch schon mal angedeutet, weil alte Menschen streng genommen sowieso an irgendeiner Ursache dann sterben. Warum ist das hier anders? Vielleicht ein Blick auf Italien gefragt. Naja, es ist einfach die Frage, wie viele Fälle treten auf einmal auf, in wie kurzer Zeit. Es ist natürlich nicht so, dass sich jetzt so innerhalb von einer Saison, also in den Wintermonaten, wo wir diese normalen Coronaviren haben, ganz viele, also ein signifikanter Teil der Bevölkerung mit diesen Viren infiziert. Das sind einfach viel weniger Infektionen und darum kann man das alles gar nicht vergleichen. Und jetzt einen Vergleich anzustellen, zu sagen, dieses neue Coronavirus, das ist ja bisher gar nicht aufgetreten gegenüber den Fällen in der Bevölkerung, die sowieso sterben. Das ist natürlich richtig. Bis jetzt ist das nicht ins Gewicht gefallen. Es gibt Tote in der Statistik wegen dieses neuen Coronavirus, aber die sind natürlich im Vergleich zur Gesamtletalität der Bevölkerung jetzt verschwindend gering. Es wird sich aber ändern. Also wir sind nun mal jetzt gerade in der ansteigenden Flanke einer exponentiellen Wachstumskinetik. Und wenn wir nicht etwas jetzt tun, und zwar drastisch und einschneidend, dann wird das so weitergehen. Und dann haben wir im Juni, Juli ein Problem. Also dann haben wir eine Situation, bei der man sehr wohl einen Effekt auf die Letalität, auf die sowieso Versterbenden, also auf die Anzahl dieser sowieso Versterbenden sehen wird. Und man wird das nicht nur in der Statistik sehen, sondern man wird das in den Krankenhäusern sehen. Diese Patienten werden dann nicht mehr behandelt werden können und die werden sterben. Das ist jetzt in Italien auch gerade der Fall. Und wenn man das von der Hand weisen will, würde ich das mal jetzt rein psychologisch als ein Verdrängungsmechanismus einordnen. Also es sind natürlich auch bei mir selber, ich habe auch eine Familie und ich habe auch meine Verdrängungsmechanismen. Ich muss auch meine Wege finden, damit umzugehen. Und ich muss das manchmal ausklammern und mir sagen, naja, vielleicht kommt es dann doch nicht so schlimm. Aber wenn ich dann wirklich diese Verdrängung ausschalte und anfange zu rechnen, dann muss ich eben doch auch anerkennen, dass es schlimm kommen wird. Und zwar wirklich schlimm. Das kann ich hier nur noch mal wiederholen. Und wir müssen deswegen unbedingt etwas tun, um das Möglichste zu verhindern. Und natürlich sind wir in Deutschland da, glaube ich, auf einem ganz guten Kurs, um das zu tun. Viele haben das noch nicht verstanden. Man sieht jetzt noch sehr viele Leute ziemlich sorglos damit umgehen. Also ich wohne hier mitten in Berlin und ich sehe weiterhin, dass Leute vor den Kneipen sitzen und auch in den Kneipen sind. Das sollte jetzt mal langsam aufhören. Und es gibt natürlich andere Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Und eine Möglichkeit, vielleicht mit sowas umzugehen, ist zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Öffentlichkeit und setze steile Thesen in die Welt und sage, das gibt es alles gar nicht. Wir haben ja jetzt über Prognosen für Deutschland gesprochen. Sind wir in Italien schon in dem Bereich dieser Übersterblichkeit? Also mehr Tote als die normale Statistik, das mit verschiedenen Todesursachen ohnehin hergibt? Also in einem gleichen Auswertungszeitraum, ja. Also man kann ja auch nicht sagen, man nimmt mal die Todesfälle des ganzen Jahres und dann rechnet man mal die Coronavirus-Verstorbenen dagegen. Egal in welchem Zeitraum die verstorben sind, also die sind ja jetzt in wenigen Wochen verstorben. Dann muss man eben auch sagen, dann muss man jetzt auch das ganze Jahr durcheinander teilen und auf diese wenigen Wochen ins Verhältnis setzen. Und das ist ja relativ offensichtlich, dass man das dann zählen kann, dass man das dann sehen kann. Und dann kommt ja dazu, es geht doch gar nicht hier darum, Tote zu zählen und zu sagen, ach, die Zahl ist doch nicht so hoch, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Es geht doch auch darum, wir haben schwere Erkrankungen und wir möchten doch nicht am Beatmungsgerät hängen. Also das ist natürlich schon eine Option, um Leute zu retten, aber natürlich ist das nichts, wo man sagt, ach, dann gehe ich mal kurz ins Krankenhaus, dann werde ich mal ein paar Tage intubiert und beatmet und danach geht es mir wieder gut. Also so ist es ja nicht. Wir müssen Fälle verhindern und wir müssen auch verhindern, dass Personen beatmet werden müssen. Und die Rechnungen, die man jetzt vielleicht irgendwie anstellen kann, wo alle versuchen, irgendwie Klarheit zu kriegen über Zahlen, die deuten so an, dass wir es vielleicht schaffen können in Deutschland, so gerade eben die Kurve zu kriegen, wenn wir gleichzeitig jetzt eben Beatmungskapazitäten hochfahren und jetzt in der Gesellschaft einschneidende Maßnahmen verhängen, um das Anwachsen der Fallzahl jetzt zu stoppen. Wenn wir noch einmal auf die vier bisher bekannten Coronaviren beim Menschen gucken, das sind normale Erkältungsviren. Wie häufig kommt denn da aber auch ein schwerer Verlauf ohnehin schon vor? Einmal nur zur wissenschaftlichen Erklärung. Also schwere Verläufe kommen da immer auch vor. Also die Zahl, die da vorhin genannt wurde, sieben bis 15 Prozent, die ist fast ein bisschen hoch angesiedelt. Aber kann man sagen, ich würde eher sagen, fünf bis zehn Prozent von den normalen Erkältungskrankheiten im Winter sind Coronavirus-Befunde. Und da gibt es immer auch schwere Verläufe dabei. Also wir sehen immer auf Intensivstationen auch schwere Fälle von Coronavirus-Infektionen, selbst bei jungen Leuten. Ich kann mich an mehrere junge Patienten erinnern, die wegen Coronavirus-Infektionen gestorben sind auf Intensivstationen in Deutschland. Das sind aber fast immer grunderkrankte Personen gewesen, die zum Beispiel eine hämatologische Erkrankung, also zum Beispiel eine Form von Blutkrebs im Hintergrund hatten oder andere Arten, andere Gründe für Immunsuppressionen. Und es gibt auch immer ältere Personen, die an solchen harmlosen Coronavirus-Infektionen sterben. Aber das sind natürlich nie so viele. Die kritischen Stimmen insbesondere von dem zitierten Wolfgang Wodarg beziehen sich auch unmittelbar auf den PCR-Test, also den Gentest auf das Virus, den sie und ihr Team entwickelt haben und der weltweit verwendet wird. Er sei gar nicht validiert, also wissenschaftlich ausreichend begutachtet worden und gar nicht auf der Grundlage des aktuellen SARS-Coronavirus-2-Genoms erstellt worden und würde deshalb auch alles mögliche andere anzeigen. Können Sie uns kurz erläutern, wie Sie den PCR-Test damals etabliert haben und wer da drauf geguckt hat, sozusagen leihenhaft gesagt? Naja, dieser Test ist gemacht worden zu einer Zeit, als wir selbst dieses Virus noch gar nicht im Land und auch nicht im Labor hatten. Und wir haben angefangen, den zu entwickeln auf der Basis des nahe verwandten SARS-Coronavirus. Dieses hat aber jetzt auch wieder mit den landläufigen Erkältungs-Coronaviren überhaupt nichts zu tun. Das ist genetisch sehr weit entfernt. Und wir haben zwei Teste gemacht. Eigentlich haben wir sogar eine ganze Reihe von Testen gemacht, von Kandidatentesten. Und die sind auf der Basis des alten SARS-Coronavirus und einer riesengroßen Diversität von Fledermaus-Coronaviren gemacht worden, also die nächsten Verwandten, die alle in derselben Virusart liegen. Und wir haben Teste gemacht, die eine ganze Reihe dieser Coronaviren erfassen würden. Da würden also diese Tier-Coronaviren, Fledermaus-Coronaviren auch mit erfasst werden. Und das alte SARS-Coronavirus und eben dann mit einiger Wahrscheinlichkeit auch das neue. Und dann kam die Sequenz des neuen Coronavirus raus. Und dann haben wir das abgeglichen. Aus China. Aus China von Kollegen, aber nur theoretisch als Sequenzinformation. Und dann haben wir von unseren Kandidatentesten die zwei Teste genommen, die besonders gut passten zu diesem neuen Virus. Und die haben wir dann weiter validiert. Und zwar mit der Universität Hongkong, der Universität Rotterdam, der Nationalen Public Health Organisation in London und unseren eigenen Patienten. Und es ist eine sehr, sehr große Validierungsstudie durchgeführt worden. Ich müsste die jetzt aufmachen auf meinem Computer, um nochmal auf die Zahlen zurückzugehen. Aber wir haben große Zahlen von echten Patientenproben mit bekannt positiven Nachweisen anderer Coronaviren und auch aller anderer Erkältungsviren, die wir kennen. Und davon jeweils eine ganze Anzahl für jedes einzelne Virus, eine ganze Anzahl von Patientenproben, also hunderte von Proben mit anderen Coronaviren und anderen Erkältungsviren, haben wir getestet in diesem Test. Und nicht ein einziges Mal hat es da eine falsch positive Reaktion gegeben. Also dieser Test reagiert gegen kein anderes Coronavirus des Menschen und gegen kein anderes Erkältungsvirus des Menschen. Aber es stimmt, aber das ist natürlich vollkommen irreführende Information. Rein theoretisch würde dieser Test gegen das alte Coronavirus reagieren. Das gibt es aber seit 16 Jahren nicht mehr beim Menschen. Und rein theoretisch würde dieser Test auch gegen eine ganze Reihe von Fledermaus-Coronaviren reagieren. Aber die gibt es auch nicht beim Menschen. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn wir uns jetzt andere Erkältungs-Coronavirus-Teste anschauen. Es gibt zum Beispiel ein Coronavirus beim Menschen, ein Erkältungs-Coronavirus. Da würde der Test auf jeden Fall auch kreuz reagieren gegen ein Coronavirus des Rindes, das beim Rind Durchfall macht. Diese Viren sind sehr ähnlich. Und noch ein anderes, das würde kreuz reagieren gegen ein Coronavirus des Kamels. Und damit meine ich nicht das MERS-Virus, sondern ein anderes unserer normalen Erkältungsviren. Aber das hat mit der medizinischen Diagnostik und der Wertigkeit der Daten für die Epidemiologie überhaupt keine Bewandten ist. Wir testen mit diesem Test nur das neue Coronavirus beim Menschen. Also wenn wir eine Patientenprobe testen und es positiv ist, dann ist es dieses neue Coronavirus und auf gar keinen Fall eins der bekannten anderen Coronaviren. Also auch SARS-1 hatten Sie vorhin erwähnt eben nicht. SARS-1 gibt es gar nicht mehr. Genau. Und die Art der technischen Validierung ist auf so hohem Niveau, und das haben wir im Januar bereits publiziert, das war eine der ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen überhaupt über dieses neue Virus, dass eine unglaublich große Reihe von Firmen, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, dazu übergegangen ist, diesen Test wegen dieser so guten Validierungsdaten sofort in kommerzielle validierte Testsysteme zu überführen. Und gleichzeitig hat die Weltgesundheitsorganisation sofort dieses Testprotokoll öffentlich gestellt auf ihre Seite, damit alle Agenturen des öffentlichen Gesundheitswesens das benutzen können. Und wir haben auch sofort angefangen, das essentielle Material weltweit zu verteilen. Noch Mitte Januar haben wir sofort losgelegt, übrigens zum Nulltarif. Also wir sind da in einem Forschungsprojekt drin, das wird von der Europäischen Union bezahlt. Und die geben uns eine Unterstützung für eine Personalstelle, die hier diese Pakete packt, die wir weltweit verschicken für RNA-Material. Und die Empfänger auf der anderen Seite müssen nicht an uns, sondern an dieses EU-Projekt, das wird übrigens an der Universität Marseille koordiniert, eine Aufwandsentschädigung für die Transportkosten bezahlen.